Hallo liebe YouTube-Nutzer, wir sind James, das steht für Games Information and More. Ich bin Phil und neben mir sitzt der Max. Moin! Wir haben uns vorgenommen auf YouTube ein paar Gameplay, Let's Plays und mehr aufzuladen, damit ihr viele Eindrücke von den verschiedensten Spielen bekommt. Hauptsächlich werden wir uns mit unseren Projekten auf dem PC, der PS3 und der Xbox 360 bewegen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie uns einfach schreiben, denn wir von James, wir informieren und commentieren. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem ersten Gameplay von Call of Duty and Warfare 3 auf Outports. Gespielt wird ein Team-Deathmatch mit der PP90 und 1 und den Aufsätzen, Erweiterung Magazin und Schnellfeuer. Als Sekundärwerfer dabei ist die USB-K und plötzlich ohne Aufsatz. Die Perks sind Flinkheit, Schnellziehen und ruhige Hand, die sich alle auf Probe finden. Als Angriffspaket und Spezialist ist auf der 2-Marathon, der 4-Plünderer und auf der 6-Lage-Bricht. Gespielt wird von Phil aka Matrix auf der PS2. Warum wir uns gerade für dieses Gameplay entschieden haben, ist, weil gleich am Anfang die Action abgeht. Trotz Host-Migration und später am Eintritt endet das Spiel 19 zu 2. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal! Das war's! Bis zum nächsten Mal. 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 Bunker.